Du hast sicher schon viele Vorurteile über unsere KV-Lehrer gehört. Ich erkläre dir jetzt, weil ich ganz sicher nicht stimme. Man sagt, wir KV-Lernenden erleben keine Anwechslung. Bei der Generali durchlaufen wir verschiedene Abteilungen, wo man uns zwischen 6 und 12 Monaten einsetzt. Das macht unsere Ausbildung sehr interessant und vielseitig. Neben unserem Hauptsitz in Adliswil und NIO haben wir Agenturen, die uns schweizweit vertreten. Für mehr Informationen besucht doch unsere Webseite. Es heisst, wir KV-Lehrer werden oft nicht gut betreut. Bei uns, bei der Generali, wird man professionell betreut. Wir erhalten schulisch sowie auch private Unterstützung. Wir sind wie eine Familie. Checkst du es? Ich habe gehört, dass wir KV-Lehrer den ganzen Tag nichts machen. Die Aufgaben bei der Generali sind sehr spannend und vielseitig. Unter anderem erstellen wir Offerten, Kunden beraten und Anlässen organisieren. Es sei so, dass wir Lernenden nach der Lehre nicht im Ausbildungsbetrieb bleiben dürfen. Die Generali stellt uns nicht an, um uns nach der Lehre auf die Strasse zu stellen, sondern um uns eine Festanstellung zu geben. Wir wissen die Zukunft der Generali. Und genau das bewerben wir bei uns, damit ihr ein eigenes Bild machen könnt, dass diese Vorurteile nicht stimmen. Wir sehen uns, dass die Frau nach unten ist. Daher sind die Frau nach unten.